Oh, hallo zusammen! Ich sehe mir gerade ein paar Bilder von meinem letzten Urlaub durch und ich muss sagen, die Henne Mini hat mich auf eine grandiose Spielidee mit dem Calliope Mini gebracht. Übrigens, für alle die mich noch nicht kennen sollten, mein Name ist Professor Karl Obi. Als ich letztens in den Hühnerstall ging, legte die Henne Mini ein Ei von ihrer Stange aus. Dieses fiel zu Boden und tja, es zerbrach. Wäre ich etwas geschickter gewesen und vielleicht auch schneller dort gewesen, dann hätte ich das Ei auffangen können. Und genau das, das werden wir heute am Calliope Mini nachstellen. Wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, fällt das Ei immer von oben senkrecht herunter. Der Korb bewegt sich immer in dieselbe Richtung, in die ich den Calliope Mini bewege. Fange ich das Ei mit dem Korb auf, dann ertönt ein Signalton. Ich könnte jetzt noch ewig weiterspielen, aber ihr brennt bestimmt schon darauf herauszufinden, wie man das Ganze in Open Roberta programmiert. Aber zunächst müssen wir uns ansehen, wie wir die LEDs richtig ansteuern können. Es gibt auf dem Calliope Mini ein LED Display, das aus 25 kleinen LEDs besteht. Diese sind in der Form eines Quadrats angeordnet und man sagt dazu auch LED-Matrix. Hier könnt ihr sehen, dass jedes Feld bzw. jede LED eindeutig durch eine X- und eine Y-Koordinate bestimmt werden kann, ganz gleich wie ein Punkt im Koordinatensystem. Und das kennt ihr ja sicherlich schon aus dem Mathematikunterricht. Ist zum Beispiel die X- und die Y-Koordinate 0, dann steuern wir die LED in der ganz linken oberen Ecke an. Hier ist die X-Koordinate auf 3 und die Y-Koordinate auf 2 gesetzt. Und wie sieht es aus, wenn die X-Koordinate auf 2 und die Y-Koordinate auf 4 gesetzt wäre? Ja, genau so. Ist doch klar. Um den eben verwendeten Baustein in Open Roberta auch zur Verfügung zu haben, dürft ihr nicht vergessen, in den Profi-Modus zu wechseln. Hier kann man nämlich neben der X- und der Y-Koordinate auch die Helligkeit der LED einstellen. Diese hat einen Wert von 0 bis 9 und 0 wäre hier eine ausgeschaltete LED. In unserem Programm benötigen wir zwei LEDs. Eine soll den Korb symbolisieren und eine andere das Ei. Fangen wir aber mit dem Korb an. Der Korb soll immer auf der untersten Reihe hin und her bewegt werden. Das bedeutet, der Y-Wert muss immer 4 sein. Wenn du den Galliope Mini nach links oder nach rechts dreist, dann ändert sich der Wert des Bewegungssensors. Und eine Bewegung nach links oder rechts, das entspricht einer Bewegung in der X-Richtung. Daher müssen wir auch den Bewegungssensor in X-Richtung auslesen. Dieser liefert einen Zahlenwert zwischen minus 1023 und plus 1023. Wir haben aber nur 5 LEDs. Das heißt, wir müssen den Wertebereich definieren, wann diese 5 LEDs leuchten dürfen und wann nicht. Überlegen wir mal. Insgesamt kann der Sensor 2046 verschiedene Werte liefern. Von minus 1023 bis 0 und von 0 bis 1023. Da wir 5 Bereiche benötigen, dividieren wir durch 5. Somit umfasst ein Bereich, auch Intervall genannt, rund 409 Werte. Nun brauchst du nur noch richtig addieren. Aber ich würde vorschlagen, sehen wir uns das doch gleich direkt im Programmcode an. Die Position des Korbes wird durch einen X- und einen Y-Wert festgelegt. Dazu müssen am Beginn zwei Variablen erstellt werden. Ich nenne sie Korb X und Korb Y. Starten soll der Korb immer an der linken unteren Ecke. Deshalb wird die X-Koordinate auf 0 und die Y-Koordinate auf 4 initialisiert. Um die Links- und Rechtsbewegung zu erkennen, muss der aktuelle Beschleunigungswert in der X-Richtung immer und immer wieder abgefragt werden. Dazu benötigen wir eine Endlausschleife. Zur Erinnerung, alles was in dieser Schleife passiert, wird unendlich oft ausgeführt. Die Position des Korbes richtet sich nach dem Wert der Beschleunigung in X-Richtung. Dazu sind, wie vorher besprochen, 5 Fallunterscheidungen nötig. Natürlich müssen wir die LED an der entsprechenden Position noch einschalten. Dazu setzen wir die Helligkeit der LED auf 5. Selbstverständlich darf diese LED nicht dauerhaft leuchten. Daher müssen wir diese auch wieder ausschalten und das machen wir, indem wir die Helligkeit auf 0 setzen. So sieht die Grundfunktionalität des Korbes aus. Aber sehen wir uns mal an, was wir beim Ei alles beachten müssen. Hier in dieser einfachen Variante fällt das Ei immer von ganz links oben herunter. Aber das eignet sich optimal, um den Ablauf unseres Programms zu verstehen. Wie schon beim Korb benötigen wir für die Position des Eis zwei Variablen. Ich habe diese Ei X und Ei Y genannt. Für die Anfangsposition des Eis wähle ich die linke obere Ecke, also X ist gleich 0 und Y ist gleich 0. Das Ei soll sich nun nach unten bewegen. Zuerst schalten wir die LED mit Helligkeit 5 ein und kurz danach, je nach gewünschter Fallgeschwindigkeit, diese wieder auszuschalten. Damit das Ei auch seine Position verändert, müssen wir den Y-Wert um 1 erhöhen. Da wir nur 5 reinhaben und mit 0 beginnen, müssen wir überprüfen, ob der Y-Wert des Eis 5 erreicht und somit die Anzeige verlassen würde. Wenn dieser Fall eintritt, dann setzen wir die Y-Koordinate wieder auf 0. Das heißt, das Ei startet wieder in der linken oberen Ecke der Matrix. Da es sich um ein Spiel handelt, ist es natürlich nicht sehr spannend, wenn das Ei immer von derselben Position herunterfällt. Daher müssen wir die X-Position des Eis zufällig wählen. Dafür müssen wir unser Programm nur um eine Zeile erweitern. Na, seht ihr sie schon? Die X-Koordinate Ix setzen wir dann neu, wenn das Ei die Anzeige verlässt, also Iy wieder auf 0 gesetzt wird. Um eine zufällige Position zu erhalten, muss eine Zufallszahl zwischen 0 und 4 berechnet werden. Jetzt wird es spannend, denn wir wollen die beiden Programme zusammenfügen, also gewissermaßen fusionieren. Wie ihr sehen könnt, ändert sich da wirklich nicht mehr viel. Es kommt nur noch ein bisschen was dazu. Zu guter Letzt müssen wir noch überprüfen, ob wir das Ei gefangen haben. Das heißt, ob eine Kollision zwischen Ei und Korb stattgefunden hat. Dazu fragen wir die X- und Y-Koordinate von Ei und Korb ab und vergleichen diese miteinander. Sollten sie übereinstimmen, haben wir das Ei gefangen. Das wollen wir mit einer akustischen Rückmeldung des Calliope Minis signalisieren. Für Erweiterungen lasst eurer Fantasie ruhig freien Lauf. Spontan fällt mir da ein, ihr könntet unterschiedliche Leverry mit verschiedenen Geschwindigkeiten implementieren oder ihr schreibt die Punkte mit und gebt sie am Ende aus. Oder ihr lasst mehrere Eier gleichzeitig herunterfallen. Oder ihr könnt den Korb auch mal in Y-Richtung bewegen lassen. Oder... Mini! Ach, jetzt reicht's. Das gibt's ja nicht. Jetzt geht's dir an den Kragen. Ich hoffe, ihr beim Ausprobieren genauso viel Spaß wie ich und ich freue mich wirklich schon darauf, wieder mit euch zu arbeiten. So war ich Professor Karl Opi heiße. Also war ich euch mit euch. Vielen Dank.